Sie saßen und tranken am Theetisch und sprachen von Liebe viel. Die Herren, die waren ästhetisch, die Damen von zartem Gefühl. Die Liebe muß sein platonisch, der dürre Hofrat sprach. Die Hofrätin lächelt ironisch und dennoch seufzet sie, ach. Der Domherr öffnet den Mund weit, die Liebe sei nicht zu roh, sie schadet sonst der Gesundheit. Das Fräulein lispelt, wieso? Die Gräfin spricht wehmütig, die Liebe ist eine Passion. Und präsentiert gütig die Tasse dem Herrn Baron. Am Tische war noch ein Plätzchen. Mein Liebchen, da hast du gefehlt. Du hättest so hübsch, mein Schätzchen, von deiner Liebe erzählt. Sie saßen und tranken am Theetisch und sprachen von Liebe viel. Eine feine Gesellschaft haben wir da. 1822 war der Tee noch etwas für die Happy Few. Und mit der nötigen Kultur kann man auch über alles reden, sogar über die Liebe. Die Herren, die waren ästhetisch, die Damen von zartem Gefühl. Die hohen Herrschaften kaufen sich selbst ihre Haltung ab. Insoweit waren sie tatsächlich ästhetisch. Vermutlich aber geben sich die Herren nur ästhetisch, also in der Lage, den intimen Gegenstand unter dem Aspekt des künstlerisch Schönen zu betrachten, mit dem ein oder anderen schmutzigen Hintergedanken im Kopf. Die Damen an diesem Tisch geben sich von zartem Gefühl, denn Intimität ist für sie vor allem ein Mittel im Kampf um gesellschaftliche Stellung. Die Liebe muß sein platonisch, der Dürrhofrat sprach. Die Hofrätin lächelt ironisch und dennoch seufzet sie ach. Die tapfere Hofrätin. Sie weiß genau, warum ihr Dürrhofrat platonische, unkörperliche Liebe propagiert, nämlich aus der eigenen leidvollen Erfahrung, daß von ihm nichts anderes zu haben ist. Darüber, daß er seine Impotenz als Anlaß nimmt, sich moralisch über andere zu erheben, kann sie noch ironisch lächeln. Angesichts dessen, was sie sich selbst deswegen versagen muß, entfährt ihr aber dennoch ein Ach. Der Domherr öffnet den Mund weit, die Liebe sei nicht zu roh, sie schadet sonst der Gesundheit. Ein weiterer Sachverständiger in Sachen Liebe. Ein hoher katholischer Geistlicher unter der Knute des Zölibats. Er muß nun einmal hinnehmen, daß Ehen, die er traut, auch vollzogen werden, aber bitte mit möglichst geringem Spaß an der Sache. In einer aufgeklärten Gesellschaft muß er das allerdings naturwissenschaftlich begründen. Das Fräulein Lispelt. Wieso? Fragt das Fräulein, als unverheiratete Dame auch nicht prädestiniert für Sachverstand, unschuldig naiv nach, oder ist sie, die vielleicht Gründe hat, sich auf Erfahrungen in Sachen Liebe zu freuen, ehrlich erschrocken? Die Gräfin spricht wehmütig. Die Liebe ist eine Passion und präsentiert gütig die Tasse dem Herrn Baron. Wenigstens zwei sind am Tisch, wo uns nicht sofort ein Hinweis auf mehr oder weniger erzwungene Enthaltsamkeit gegeben wird. Mehr als Plattitüden und ein Modewort fallen der Gräfin aber nicht dazu ein, und die nachfolgende Handlung, das gütige Präsentieren der Teetasse, nimmt der Leidenschaft, der Passion auch sofort den Schwung. Oder meint sie sogar eine Passion im Sinne der Leiden Christi? Dann könnte der Kontrast zum Servieren des Tees nicht mehr größer sein. Am Tische war noch ein Plätzchen. Mein Liebchen, da hast du gefehlt. Du hättest so hübsch, mein Schätzchen, von deiner Liebe erzählt. Was hätte sie denn erzählt? Das Nahliegende wäre, dass ihre Liebe in allem das Gegenteil zu dem darstellte, was der Sachverständigenrat bisher zum Besten gab. Ihre Liebe wäre demnach leidenschaftlich, roh und körperlich. Aber der Sprecher schweigt sich dazu aus. Vor allem ist die Liebe und wie sie miteinander ausgelebt wird ein Geheimnis, das nur die beiden miteinander teilen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!